Seht ihr das? Ich bin bei mir zu Hause. Ich bin in der Wohnung drinnen. Ich bin jetzt in meiner Wohnung drinnen. Und die Garte, diese Garte hier, die hat zu sich reingesteckt und hat gedacht, die ist ein Einbrecher. Und was war's? Meine ganzen Punkte weg von der Deutschlandkarte. So, und jetzt macht das Ding aus, jetzt rinke ich Garten.